Ich habe heute solche Ohrringe mit Eisblumen an, obwohl ich sagen muss, es ist wirklich wärmer geworden. Letzte Woche war es richtig eiskalt, aber im Moment ist es wieder wärmer, dafür war es heute Nacht extrem windig hier und das hat überall am Rollo gewackelt und bei den Nachbarn auf dem Balkon hat sich, keine Ahnung, was verschoben. War ein bisschen schwierig mit Schlafen heute Nacht. Auf euch geht es gut. Wenn nicht, auch nicht schlimm, lebt euch einfach entspannt zurück. Atmet nochmal tief durch. Ein bisschen schlafen. Ein bisschen schlafen. Ein bisschen schlafen. Das ist ein Massage. Das war's für heute. 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 Wow, das war's für heute. 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 Das war's für heute.